Willkommen zu diesem neuen Video. Ich würde mal sagen, wir landen mal wieder so an ein paar neuen Orten. Ähm, ja. Schreibt auch immer so Tipps in die Kommentare, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann. Darüber würde ich mich immer sehr freuen. Ich würde sagen, wir schauen mal, was für uns hier alles erwartet, hier bei diesem Boot. Hier war ich auf jeden Fall noch nie, glaube ich. Hier ist auf jeden Fall jemand anders noch. Gibt es hier eigentlich auch Bots? Da vorne ist jemand. Hier war doch eben der andere Spieler, oder? So. Ich muss ja gar nicht, dass hier noch ein Job gibt. Oh oh. Und die schaffen wir. So Leute, wir haben es geschafft. Einmal kurz schauen, was wir jetzt hier haben. Das gibt es auch in Gold. Ach, die hat jetzt eine mehr. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Der hat jetzt hier nicht nur vier, sondern fünf von diesen Dingern. Interessant. Klar, dann bin ich immer mehr im Vorsprung wie andere. Ist toll. Toll, okay. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Fantastisch. Okay, wo sollen wir hin? Ich glaube, ich gehe mir am besten hier vorne hin. Hier das Ding hier. So, hab ich wieder voll. Kann ich mich ein bisschen schneller fortbewegen. Ich bin sehr grapisch. Ich bin sehr klar, dass ich mich noch nicht mehr so lange steigen kann. Ich bin sehr gerne nur Zeit, dass ich mich noch nicht mehr so wenigsteig habe. Und das mit dem Spielchen, das ist ganz kurz nach oben. Dann bin ich auf dem Spielchen und den Spielchen. Ich bin nicht immer wieder der ganzen Tag in die Welt. Ich möchte das so fasziniert dazu. Wir bin immer noch nicht mehr so und da bin. Dann bin ich noch ein paar Fragen. Wie viele andere. Wie viele Leute. Ich bin jetzt auch in der Nähe. Ich bin, die Gipfel, dann sind die Aberkommenswürgerunze. Das ist das nächste Mal. Ich bin jetzt auch noch ein paar Meisten. hier ist wasser ja ok da kann ich auch runterspringen hey ich kann mit wasser laufen oha ich kann auf wasser laufen mit diesen äh mit diesem feuer oder was auch immer was es ist keine ahnung ich mach jetzt schon ob das auto noch verfügbar ist hier der bot noch da ist verschießt hier nein nein leute dann leute ich konnte er kommt jetzt gleich hier der bot ich sollte vielleicht ich sollte vielleicht hier nicht das hier verschwenden weil ich brauch das halt zum abhauen deswegen glaube ich sollte das nicht verschwenden so ich hab wieder keine munition für die hier für die donna salvetta äh dings ich will nicht irgendwo anders mal schauen habe ich jetzt eigentlich dauerhaft diese goldenen füße nur jetzt ich glaube dauerhaft oder ich glaube dauerhaft oder die zone kommt schon 30 spieler leben wir noch hier 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 Was ist mit dem Auto? Was ist mit dem Auto los? Wie wird es nicht? Nein Leute! Das ging jetzt so schnell. Leute ich würde sagen ich beendet das Video. Ich hoffe euch das Video gefallen. Ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Tschau!